Hi Leute und willkommen zurück zu Age Vampires 4. Wir sind dabei, jetzt noch ein bisschen zu verteidigen, was gar nicht so schreckbar aussieht. So, hier läuft... oh ne, hier läuft. So, hier geht's schon mal wieder zurück. Perfekt. So, hier auch zurück. So, die kann ich nochmal hier vorne mit draufstellen, weil wir dann Passion haben. Oh, wir müssen ein paar Sachen reparieren. Äh, du kannst mal anfangen mit dem Tor. Oh, nichts verloren, aber dann kannst du hier anfangen. So, wir haben ein bisschen Gold gekickt. Dann werden wir auch gleich weiter produzieren. Oh, meine Bunnen sind ja auch weg. Oh, da ist auch noch ein fettes Loch drin. Okay, gut. Dann wollten wir ausrücken. Hoffen, dass wir jetzt hier oben mal reinkommen in das Lager. Und wir jetzt von da aus schon mal wieder raufhören. So, jetzt haben wir schon mal wieder. So, jetzt haben wir schon mal wieder. Na, da habe ich auch keinen, ich hoffe. So, jetzt haben wir schon mal wieder. Aha, wir produzieren ja auch schon fleißig. So, dann können wir das Lager schon mal weg. Das war schon mal sehr nice. So, dann machen wir das noch mal kaputt. Der ist fast tot, den schickt man zurück. Ach, du Schande hier. Da war noch ein ganzer Reifertruss. So, ich trau. Nein, ich mach das jetzt statt. So, weg mit dem blöden Lager hier. So, ein Lager bin ich da. So, ein Lager bin ich da. So, ein Lager bin ich da. Gut, das Lager ist weg. Das Völker muss man wieder reichen. Die französische Armee setzte die englische Festung im Osten in Brand und sicherte sich einen Übergang ans Südufer der Loire. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. So, ich hab mich jetzt nicht wirklich um die Verteidigung gekümmert, was natürlich auch doof ist. Aber, ich hab auch vertraut, dass sie es schaffen. Und, sie haben es geschafft. Ich bin nicht enttäuscht. So, und wer Arbeiter? Äh, Mühle. Da hin. Nein. Völkommuslimiter, oh. So. Dann haben wir das schon mal. Ich möchte schon mal die Produktion weiterlaufen lassen. Nur, damit wir das Geld schon mal ausgegeben haben und wir sehen, wo wir stehen aktuell. Okay, die beiden sind natürlich Schrott jetzt. Nicht so schlimm, aber dass man Osten ist weg. So, gehen wir dahin. Nachbar verkämpft noch mit dabei was. Ähm, dann. Das hat man dicht. Ich weiß nicht, ob hier immer noch was auftaucht, jetzt wo das Lager da weg ist. So, dann gehen wir da lang. Mit da die Angriffe auch aufhören. Hier haben wir die größte Verteidigung im Verhältnis. So. Angriff. So, wieder zurück. Und wieder zurück. So, wieder zurück. Das ist mal Team 2. So. Aha, jetzt kommt sie da. Okay. Irgendwo kommen sie immer her, scheinbar. So, macht sie da auch mal fertig. Ganz überfällig werden wir schon los irgendwie. Ernst? Kein extra Dallan? Ach so. Das Tor jetzt. Na gut. Da habe ich nichts gesagt. So, was mit euch? Geht ihr dahin? Du. Tor ein. So. So, Leute, ich bin 2. Ich bin raus. Lass mich auch erstmal heilen. So, hier ist noch irgendwie was lagermäßiges. Hm, war das nicht. So. Warte, hier ist das Lager. Okay, da haben wir mir jetzt wieder ein paar verloren. Was ist hier gerade passiert? Oh nein. Oh nein. Euer Ernst? Oh, gespeichert. Okay. Noch keine. Oh, Häuser. Was ich jetzt erst? Äh, Arbeiter. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu versterben. Oh, war das fast. Ah, schön. Nicht geschafft. Nein. Nicht, gar nicht. Ja, kurz nach Bollas zu schaffen. Ist auch okay. So. Du bist fertig. Dann. Eine Welle. Aufbauen. Oh. Hier geht man zurück. Da hin. So, jetzt geht man zurück. Ja. Hier holen. Jetzt auch wieder weg. Und reparieren. Oh, shit. Das sind ein paar viele. So, kann ich jetzt... Wegpunkte, sondern jetzt verdrehen. Ups. Ähm, das freu dich nicht. Wegpunkte. Nicht so richtig. Wie setzt sich weg? Freu ich wo welche? Ja. Nein. Ich verstehe jetzt, wenn man die Kombi oben rauf geht. Oh. Oh. Die haben auch recht viel zurück. Wobei ich mit dem vielleicht auch mal angreifen sollte. Äh. Äh. Ich bin unsicher. Äh. Einfach mal nutzen. So. Befreiung ist Limit. Tast Peak. Opa. Zum Beispiel. Tast. Mit dem muss schon... Nichts zu tun, dann brauchst du neue Stelle. Noch eins. Perfekt. Oh nein. Oh nein. Angriff. So. Weiter mit Produktion starten. Den, den möchte ich gar nicht zählen. So, ihr seid die zwei. Das ist jetzt zwar zum Glück nicht ganz so hart zerstört wurde. So, du kannst. Erstmal runtergehen und dann das. Und die sind jetzt plötzlich alle. So, perfekt. Ah, gut. Was facken wir eigentlich, dass es anders ist? Woah. Das ist wirklich gut. Ich stehe zwar ein bisschen neben sich, also in der Luft und so, aber was heute noch ihr könnt, da raufgehen. Bier angriff. So, das ist jetzt fertig. Dann bau ich so wieder die Mauern auf. Verstehe nicht, wie man das jetzt einen so einen Block bauen kann. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu versterben. Okay. Das existiert noch. Okay. Dann, äh, wir wieder zurück. Wir werden mal einlassen. So. Gut. Das Firmus Limit ist leider immer noch erreicht. Oh, trotzdem schon mal in die Warteschlange bauen. Ja, auch. So. Ihr wieder geheilt seid, greife ich mit den Reitern zusammen oben an. So, ich hoffe, dass da ist. Oh, und der nächste Angriff, das ist doch nicht wahr. Oh, ein Triebach, natürlich wieder ein Triebach. So. 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 Hier. Angriff. irgendwas gleich zusammenfallen um wird es doch abgeschossen bleiben nicht hinter den mauren so wir haben langsam den fortschritt langsam ein fortschritt so hier ist ja nichts zu tun ist klar dann wir müssen ja hier eigentlich gleich wieder welche auftauchen links oder rechts welche ist gut dass hier oben schon nichts passiert und dass wir wirklich nur hier so eine stelle haben das lager auch erst mal kaputt bevor wir irgendwo hinlaufen was gut die angekündigt die haben uns auf jeden Fall aufgehört na toll das hat jetzt eigentlich nicht passieren gleich wieder zu stecken das mal an oh da ist ja massig verluste jetzt war es das wenigsten angriff den ich abgewehrt habe gut die schlacht haben wir gewonnen aber wir dürfen uns erstmal wieder zurückziehen immer noch ein bisschen was ist gar nichts mehr kann das sein ich will erst mal da ein warum machen wir eigentlich nicht umliegenden dinge Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Das hier ist quasi von der Oben und von der Seite an. Kann das sein? Gut möglich. Und speichern. So, vielleicht nichts zu tun. Das muss ich auch nochmal reparieren. Ja, das war verlustreich, oder? Also, überhaupt nicht geplant. Eigentlich wollte ich hier mich schön sammeln, dann angreifen und dann stehen so viele Bogenschützen und alles. Kann ich auch nochmal wieder rausnehmen, wie wir halt werden wollen. So, wieder rüber. Passt. Ja, sieht gut aus, dann das zu reparieren. Oh, erstmal das zu reparieren. Nein, nicht hoch. Warum wollen die immer hoch, wenn sie es können auf dem Weg? Macht überhaupt keinen Sinn. So. Nachbar haben wir definitiv genug. Mir fehlt Holz eigentlich. Eigentlich fehlt mir Holz. Aber das kann ich jetzt ja eigentlich auch abbauen. Wollt ihr alle aufhören und Holz sammeln? Erstmal nicht. 200 wirken irgendwie so ein bisschen wenig, wenn ich hier so ein paar auf dem Mount habe. Und das sind ja wirklich nur so ein paar Flecken. Okay. Das will ich jetzt aber auch nicht verlieren. So. Und jetzt kann ich da schon mal die Einheiten weglassen. So. 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 Dann nochmal. Perfekt. So. Die werden jetzt mal wieder weg. So. Team 2. So. Erstmal heilen. Das sind ja Bogenschütze mit dem Wieses. So. Ich soll eigentlich nicht die Chumps haben. wie ein Kupfer von ihm geben. Da war noch einer. Na das passt. Gut. Wieder hoch. Und hier geht. Ja wohl nicht damit rum. So. Arbeiter. Und da. Wovon ist das? Und da. Erstmal das Tor. Das ist wichtiger. So, das muss ich nochmal reparieren. Die Angriff ist... Oh, das sind ja fixe, wollte ich gerade sagen. Ja, bleiben Sie ja noch. So, hoch da. Sollen wir oben überhaupt kämpfen. So. Ja, alle haben irgendwie was zu tun. So. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu versterben. So, aber nur mal benutzen und weiß, dass sie voll sind. So, und die sind auch dauernd. Aber nur weil ich ja eben paar habe. So, wow. Der Rest ist okay. So, hier wieder hoch. Zack. Die da rüber. Das ist fertig. Hier kann ich noch ein paar die Schlange packen. Und die auch nochmal wieder auffüllen. So weit wie möglich halt. Das ärgert mich für so lange dauert hier alles. So, gut. Dann werden wir aber schon wieder hier den Part. Können wir nächstes Mal dann wirklich jetzt einen Angriff starten, hoffe ich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.